sind wir aus dem maulbus rattenloch wieder raus es war also hier hinter versteckt okay leere milchflasche zirkettenschuttle okay komm machen lassen wir aus mit gründung könnte ich das ja auch als meine hütte nehmen aber dann würde ich schon gerne dass die tür zu bleibt haben wir wieder jede menge zeug aufgesammelt abspeichern und weiter geht's das heißt jetzt zum steinbrauch vielleicht sind ja diese komischen händler da noch da vielleicht können wir da noch mal schnell was eintauschen damit wir das paar kroppen haben und ein bisschen leichter sind immer außer puste immer außer puste sehr schön ist er auch da nein das sind wilde ghule verdammt bleichstift kronkorken silbergabel schraubenzieher was gelbe gelbe regenhut also gelbe regenhut ja okay komm ist natürlich Mist danke für die Lederkombi Plünderer ach ist das doof was können wir denn braten haben wir hier irgendwas was magst du mal AP achso ok ok da kann man nicht so machen getränke ok suppen du hast gemüsestärke ok ja verlassen na gut verdammt ich dachte hier hinten sind noch hier zum handeln ok dann halt jetzt hier runter konnten wir hier durch ja genau so wo ist denn der da ist der kerl was hätten wir hier drinnen h klammern ist ja schön hey willst du dir was verdienen ich könnte hilfe brauchen wenn du fertig bist wobei hilfe bei was genau ich versuche die alte wasserpumpe zu reparieren dann müsste es reichlich schrott geben wenn ich alles trocken liegen kann ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra kronkorken du versuchst es einfach oder 50 kronkorken nimm sie oder lass es ok wobei brauchst du denn hilfe die pumpe ist nicht im besten zustand müsste aber starten durch einige lecks wird hier alles überflutet kannst du es reparieren die lecks sind unter wasser halt nach blasen ausschauen sie zu finden ok da hinten sind blasen aber ich sehe da nur eine ach nee sag bloß da runter schwimmen ist natürlich blöd was haben wir hier jet klebeband kommt er wirklich ganz hoch geil ok ok weiter nein ist aha sehr schön klebeband oh raderpinsel Mentors wow tschüss kannst du da runter ok ok ich glaube dann hole ich doch lieber unseren power poweranzug ach da sind noch mal luftblasen 1 2 3 ah ah ok also schnell mal noch den poweranzug holen ähm aber diesmal nehme ich wirklich mal die schnellreise ähm halt da hin ja ähm 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 dieser du wusten ähm 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 da hin ja ähm 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 ach wisst du was wir können mal irgendwas gegen Verstrahlung nehmen oder ne erst im Nachhinein ähm ähm ich weiß nicht können wir bei denen die Minigun automatisch reinsetzen Splattergranate oh die will ich auch mal unbedingt testen wir haben drei Fusionszellen ähm ähm öhm ach ... ach so ach so ich verstehe okay gut 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 untersuchen nehmen alles nehmen ach nein das habe ich ihn so rein da so schön okay halt 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 können wir vielleicht schnell reise machen energiekosten eingespart maursratten bewegen sich gerne unterirdisch und schießen dann an die oberfläche er ja wir sparen dadurch energiekosten so nee schon okay was achso ähm getrackt halten eh genau so abspeichern bitte bitte lass das keine radioaktivität sein ich wusste es blasen 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 okay und nein 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 ich will nicht verfängen und sterben schnell 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 nicht erst Okay Komm, rein da Das heißt, wir können ihn leider nicht so oft benutzen, wie wir wollen Wir brauchen ein paar Aufrüstungszellen Okay Dann lassen wir ihn ja einfach mal hier stehen Hey, hey, äh, äh, was? Ernsthaft? Kriegst du die Sachen mit? Wo ist denn er jetzt? Bist du hier drin? Nur weil es regnet Ähm Wir waren doch vorhin hier drin Oder Cool Sehe ich das gerade falsch Ich glaube, das ist ein Bug Ja Also ich habe ja nichts gegen diesen Bug Dass man dieses kleine Bisschen irgendwo mal looten darf Zahnpasta Lichtdose schon Aber Irgendwie geil ist es auch da nicht Ähm Kleidung, Hilfsmittel Minus 300 Red Status Wie viel Red habe ich denn jetzt zur Zeit? Ah, Level Up Wir machen nochmal Charisma Damit wir ein bisschen Einiges möchte ich gerne wissen Wie hoch meine Radioaktivität ist Wie hoch meine Radioaktivität ist Schneckte Schlösser Hm Hier ist er nicht Wollen wir auf der Karte vielleicht irgendwo sehen Achso, ähm Äh, äh Nein, war schon noch Aufgaben Der war da gerade doch gar nicht da Es muss doch eine Möglichkeit Da ist es Hi Ja, genau Ich überlasse dir die Ehre Drück den Schalter an der Pumpe Okay Wo ist er da? Ach du Scheiße Fuck Ich brauch die Gatling Gun Fuck, 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 fuck Noch mehr Boah Boah Fuck Fuck Entschuldigung Meierlurks Ist wohl keine Überraschung Dass sie jetzt wild geworden sind Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein Danke fürs Anpacken Hier, nimm das bevor du gehst 50 Grundkotten, okay Punkt, das ist wirklich leer? Ja Oder Oh Ha Unterkiefer verloren Sie sehen ja echt hässlich aus Als die aus Voller 3 oder New Vegas Aber Das hier Aber jetzt muss ich natürlich den Rest hier mal hier angucken Bevor ich hier weggehe Der pumpt das doch nicht wirklich leer Das können wir doch nicht sagen Oh Okay Oh, diese Radioaktivität ist gerade schon fies Oh 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 Ich habe gehofft, hier gibt es irgendwas zu finden. Aber anscheinend wohl nicht. Nö. Oh Gott, hoffentlich haue ich mich jetzt nicht auf die Fresse. Ha, sehr schön. Ja, ähm, ne, den Anzug nehme ich jetzt wieder mit. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Oh, den schiebe ich stark hoch. Wow, was für ein Präzisionsgewehr. Geil. Jetzt für euch aus dem, ähm, dem Jurelgrünen, ich meine dem großengrünen Jurel des Commonwealth Diamond City Radio. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Hm, okay. Scheint wirklich was zu werden. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Meistens war nichts geboten. Und hier? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich tue zu. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Hm. Nimm's, mach's dir nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Äh, packen wir mal die Minigun doch weg. Obwohl wir so viel Munition haben. Wollen wir die lieber aufheben? Ach komm. Inventar leer machen. Hm. 13, 18. Laserpistole. Weg. Machete bleibt. Molly auch. Schraubenschlüssel geht weg. Splitterpapier. Splittermine auch. Vorschlaghammer. Splittermine weg. Ähm. Ja. Gewerb. Scheiße. Komm. Den nehmen wir weg. Lassen wir das Gewerb mal hier. Lederkombi. Weg damit. Rechter Arm. Wir haben hier einmal. Hm. Linker Arm. Rechter Arm. Linkes Bein. Rechtes Bein bestimmt. Äh, okay. Machen wir das mal hier. Halt. Können wir irgendwas anbauen jetzt? Nochmal extra? Hey Mama. Wie geht's dir so? Sehr gut. Es ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lang unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht, als du jünger warst? Ja, man muss fliehen, wenn ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt ist. Kleiner Rat. Treib kein falsches Spiel mit Raiden. Die sind nachtragend. Ja, das ist ein guter Rat. Klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Das war's. Irgendwann erzähle ich dir mal alles. Sehr schön. Nehmen wir nur... Oh, die nächste. Das nächste Bäumchen können wir setzen. Das ist sehr gut. Das heißt, Bäumchen erstmal mit hier hin. Und Tomaten. Wollen wir nochmal Tomaten setzen? Ja, nochmal ein paar. Genau. Genau. Oh, immerher mit den Tomaten. Ich weiß, sie wollen Schutz haben. Kann ich im Moment noch nicht garantieren. Also nehmen wir doch erstmal lieber hier ein. Lässt feindlich gelegentlich zu einem blutigen Massaker. Für die Vorsicht zur umherfliegenden Augenäpfel. Ah ja, okay. Hm. Du weißt, wie man eine Party macht und du wirst niemals alkoholabhängig. Okay. Du bekannst 50% Gänge ab. Okay. Hm. Du bist zur Kultur nach... Zwischen 18 und 16 Uhr erhältst du 2 Intelligenz und Warnung. Okay. Du bist zur Hälfte ein Baum. Wenn du stehen bleibst, erhältst du 25% Schadensresistenz. Außerdem verursachst du bei bewaffneten und unbewaffneten Nahkampfangriffen 25% mehr Schaden. Okay. Ähm. Du hast keine Zeit zu finden. Deine Auktionspunkte reagieren. Da werden sie 25% schneller. Okay. Wasser ist dein Verbinder. Du erleidest beim Schwimmen keine Strahlenschaden mehr und du kannst länger unter... Pfff. Ja. Aber trotzdem nehmen wir erstmal Stärke. Jetzt können wir schon 300 tragen. Und unser Red ist weg. Krass. Halt. Dann trinken wir mal schnell noch am Brunnen was. Reparieren die wirklich das Ding komplett so, dass es dein Heile wird? Das wäre krass. Mama Murphy, können wir uns unterhalten? Ich weiß, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nichts für dich tun. Aber du hast das dritte Auge. Das muss doch... Es kann nicht mit den Toten sprechen, Kind. Selbst das dritte Auge hat Grenzen. Es tut mir leid. Ah, da können wir nichts hinsetzen. Okay. Achso, nein. So. So. Ist dann voll aufgeladen. Haben die Taschen noch nicht frei. Die Taschen leer machen. Ja. Ähm, Hilfsmittel. Komm. Hauen wir erstmal alles weg. Also, das bleibt, das bleibt weg. So. Das behalte ich auch mal alles bei mir hier. Weil es ja gar nichts liegt. Hm, ja. Okay. So. Fertig. Tür zu. Jetzt können wir aber los. Jetzt können wir los. Runter zu den Raiders. Das sind, glaube ich, ist die einzigste Aufgabe, oder? Einiges nur sichern und... Sonstige bringen... Achso, ja. Okay. Das heißt, wir können jetzt eigentlich runter. Mal gucken, gibt's hier noch irgendwas? Eine H-Klammer. Tschüssi, Leute. Bis später. Ich war mein Kleiner. hinIC. An shallow. Aberl полов. Aus. лин وس...